Ihr Lieben, Natascha hat ein bisschen herumtelefoniert und hat es geschafft, dass ein ganz lieber Kollege wiederkommt. Und zwar... Hallo, schöne Frau! Ihr wisst vielleicht noch, wer ich bin, ja? Also, ab Mitte August bin ich kurz da, bringe alles durcheinander und dann bin ich auch schon wieder weg. Tschüsschen! Er macht mich verrückt. Joe Möller ist wieder da.